Wir kommen langsam voran. Level 9... Ich weiß, ich hab keine Ahnung wie viele Levels es gibt in dem Spiel, aber... Da es nur auf einer Diskette ist, können es keine 500 Stück sein. Ark's Revenge Part 2 Okay, erstmal zurechtfinden. Nee, erstmal gelbe Schüsse holen. Ja... Ja... Yes... It is... Easy to use the Escape Key Und das ist glaube ich mit dem Escape Key so wie war meine Punktzahl auch wieder resettet. Auf null. Ja... Egal. Mir geht es ja nicht um die Punkte. Okay, das schaffe ich nicht. Lustigerweise bräuchte ich diesen Trank. Nein, ich brauche diesen Trank. Nein, ich brauche diesen Trank. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen unorthodox, aber... Was macht er nochmal? Im the invisible man. Ja... ... Das bringt mir jetzt halt absolut nichts eigentlich. Wobei, vielleicht bringt es mir schon was, aber ich habe die Notwendigkeit dieses Dings nicht in dem... Smells like gold here! Oh man, Grab! Richtig! 36 Treasures gibt es in diesem Level. Ja, geil, ich jump voll rein. Ich will das Goldding hier mitnehmen. Uaaaah, das geht kaputt! So, hoppa! Ist da oben was, was ich rentieren würde, dass ich da mal meinen Betrag einsetze? Ich glaube noch nicht. Gott, ja! 1. 2. 3. 3. 4. 5. 7. 9. 7. 9. 9. 9. 10. 11. 11. Ich hoffe, es sind nicht irgendwie arschviele versteckte Treasures. Ja. Oh Gott, ja. Großes Kino. Ganz großes Kino. You died on less of energy. Aha. Alter Mann. Au. Okay, der greift mich an. Was bist du für einer? Au, hör auf! Jetzt hier. Bitte? Okay. Was ein Arsch. So. Jetzt guck ich zu, wie du stirbst. Da hat's ihm die Grüezung gedreht. Ja, und mir tritt's da lieber zu Hause. Nein, tritt es nicht. Okay, darf ich den kompletten Level nochmal verneu machen? Ach ja, it's very easy to use the escape key. Und jetzt beginnt dieses Spiel wirklich mich zu hassen. So, von euch lasse ich mich nicht mehr ranatzen. Und ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ich werde jetzt nicht mehr so einfach darunter gehen. Sondern ich werde das wegmachen, das wegmachen, das wegmachen und das wegmachen und das wegmachen und das wegmachen und bin tot. Leute, was mache ich? Leute, was mache ich? Natürlich play again. Ach ja. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Wie unterschreibe ich mein eigenes Todesurteil? F1. Tür öffnen. Treasurer 2. F1. Tür öffnen. F1. Ich darf halt dann nochmal komplett dazu rücken und darf mal das dann auch holen. Sobald ich... Es schmeckt nicht wie Gold hier. Das wollen. Spring. Ja, ich bin noch drüber gesprungen. Mehr Gold für mich. Ah, okay. Das Schercher kann ich nochmal holen. Jetzt will ich aber erstmal wieder da hoch. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das und das und das. Und das Schercher holen. Und das Schercher holen. Und das. Und jetzt gehe ich hier rüber. Und ich hoffe jetzt wirklich immer noch die ganze Zeit, dass dieses Spiel nicht fieserweise... Ach Gott, da ist der Drecksakteur da. Okay. Wird er wissen ja, wir werden zu besiegen haben. Und stirb. Ja, das war klar. Das war abzusehen. Okay, das habe ich jetzt schon mal. Den blauen Key. Das habe ich. Das habe ich. Und das bringt mir, glaube ich, nichts. Also, Treasurer und Treasurer und... Ding, was mich abschießt. Treasurer. So, hier geht es rüber. Da ist nochmal ein Treasurer. Jo, leck mich. Stein des Todes. Auch das war abzusehen. Und dass ich jetzt hier gleich sterbe. Und dass ich jetzt hier gleich sterbe. First go down, but be fast. Okay. Invisible man. Jumping. Und... Don't do it. Don't do it. Die Zeit dazu und ein bisschen leben... Okay. Runter... 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 Nein, so nicht. Die 14 Treasures. Oh ja, oh ja, das ist klar. Okay, ich muss warten, bis es wiederkommt. Und runter. Und das holen und wieder hoch. So, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich mache. Nein, nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Und du, natürlich. Ich habe Verstärkung organisiert, oder? Was? Kannst du doch rauskommen? Okay. Okay, das erklärt, warum diese Invisible-Geschichte mit drin ist. Hier, ihr blöden Säcke, ey. Wenn es einen Ausdruck dafür gäbe, wie sehr ich euch hasse. Ich würde ihn nennen. Ja, nein, und ich stehe selber in den Block, da er wieder zurückkommt. So, der ist wenigstens schon mal ausgeschaltet. Problem an der Sache ist halt, ich muss jetzt selber dann noch unten rein, wo er ist. Wow. Oh. Okay, das habe ich. Ich muss mich nur beeilen. Nein, ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Wie muss ich da rüber? Muss ich mich da runtergraben, glaube ich. Ja, nein. Und, ja, nein. Okay, kann ja sterben. He died on lists of energy. Und ich brauche einen blauen Trank, um da ranzukommen. Nein, nein, nein. Oh Gott, wie blöd ich bin. Nein, nein. Das. Okay. Okay. Ah. Wehe, das war Käse. Warte, mach den weg. Ja, Käse. Ich muss mehr Zeit wieder draufkauen. So. Das dahin. Und das dahin. Und das dahin. Und das dahin. Ja, die Taktik war nicht schlecht, aber falsch ausgeführt. Oh Gott. Okay, der ist auch weg. Aha. Oh Gott. Oh Gott. Damit komme ich wieder an den Start. Ah, hier hin. Okay. Das ist gut. Nein, da muss ich nicht mehr hin. Ich helfe jetzt noch nicht meinen Sprungs... Hahaha. Hast du gedacht? Ja, gut. Ja, gut. Auch in Ordnung. Jumping halt in alles rein. Vier Treasures muss ich noch finden. Okay, das habe ich alles, das habe ich alles, das habe ich alles. Okay, das weg, das weg, das weg. Genau. Jetzt gehe ich hier über ein Treasurer, zwei Treasurer, drei Treasurer und das eine Treasurer, was da oben abragelt. Und damit habe ich es jetzt schon geschafft, wenn ich jetzt nicht noch irgendwie unklemmererweise noch sterben sollte. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich duschen wieder. Du Arschloch. Ey. Ey. Wie man halt auch nichts gegen sie ausrichten kann und ich bin gerne over. Uff. 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 Unver точки De Ju bummers Muraf rkn. Uff. Vielen Dank.